Hallihallo, herzlich willkommen zur wunderschönen neuen Folge zu PlanetBase, ja, weiter geht's mit dem Let's Play. Ich wollte mal noch ein paar Folgen aufnehmen, noch bevor Weihnachten ist, und, ja, ich muss jetzt mal gucken, ähm, die Nahrung, die geht ja gerade so ein bisschen, ähm, runter, zumindestens, ein Teil der Nahrung, und, und, ja, wir müssen mal gucken, wir haben nicht immer genug an Essen da, ja, aber das wird schon, das wird schon, das wird schon, so, Windturbine, So, hier schlafen sie auch, hier auch, das ist gut, so, was soll ich denn eigentlich machen? Um, nochmal so eine Plastik, ähm, Dings da aufbauen, aber, eine Botwerkstatt noch, so, Einfach eine Botwerkstatt, so, ähm, Ja, wir brauchen noch ein paar, paar Kolonisten. So, hoffentlich keiner draußen. Schon mal ganz gut. So, 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 Aber alles sinkt, ja? Jetzt schon mal Waffenmerkstatt, Waffenmerkstatt, Ist auch dabei, Äh, So, Auf jeden Fall haben wir jetzt zwölf Halbleiter. Biologen, Und, Ingenieur, also, wie gesagt, noch Biologen, noch jede Menge. Ähm, Wir machen mal so auf 60. Auf 60 wäre das auch ganz, ganz gut. Ähm, Netz, Statistiken, Energie. Oh, hier war es ganz wenig mal. Ja, wir müssen hier nochmal, Einmal noch, Mit, mit, Energieversorgung. So. Und, Meine Güte, Kriegen die das echt nicht mal gescheit hin? Wow. Eine Wache, gut. Ah ja, eine Wache reicht ja. Ich muss ja so viele Wachen haben, wie es nur geht. Auf jeden Fall brauchen wir ein Bohr-Bot. In nächster Zeit. Warum ja Bohr-Bots. Und hier ist nämlich einer. So, am besten mal alles nehmen. Eine 90. Und. Ja komm. Da pfeife ich jetzt drauf. Ich meine, hier hinten wäre noch ein Ausgang ganz gut. Ähm. Atmeimittel bei 20. Atmeimittel bei 20. Atmeimittel. Bei 20. Ableiter bei 20. und dann haben wir nämlich eine gute grenze dann kann man nämlich auch dann die sachen haben wir auch mal was anderes verwenden hier wollte ich nämlich noch mal echt wieso eine energie speicher so niedrig so 55 so dauerstoffgenerator so oder eine luftschleuste so da haben wir das nämlich auch soweit ganz gut auf Der 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 links zu niedrig war Schon komisch 35 Meine betten haben wir ja auch noch genügend zur verfügung zumindest Ja So Dann bitte mal schneller 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 Es scheint schon wieder so gut wie voll zu werden Meine güte Energie speichern niedrig Holy Holy Noch so eine riesen windturbine Ja Alles klar So Warte mal schnell ein Wasser Echt Ja So Warte mal schnell ein Wasser Traktor bauen Wir haben nämlich ein bisschen probleme So Alles klar Alles klar 50 prozent kommission 30 30 Boah Toll Toll Na da zeige ich halt ein bisschen was drauf Fertig Ist mir jetzt sowas von egal Zeige ich jetzt einfach mal die Frau Einfach mal drauf Und das gute ist hier ist ein eingang darf ein eingang Und das gute ist hier ist ein eingang darf ein eingang Vier ausstehende ressourcen Einfach nur Zwei bots Zwei bots haben wir jetzt Aber wir haben nicht immer noch nicht genügend Ähm Immer so ein bisschen schade Nicht so ganz genügend ähm Essen So Schülerenergiespeicher niedrig Wow Wow Den hier ganz schnell bauen Ja So Gut Alles klar Alles klar Ähm Wandererlaubnis Mal die Kontinisten mal dicht machen So So Ähm Sonst Habert noch mit dem Essen Aber ja nicht so gut Oh 400 Ach schade Auch 35% Kommission Das ist Das ist gut Bohrpott Stop Stop Alles klar Hier noch zwei Aber auch nur die drei die füllen das auf Geh So So Alles klar Alles klar Haben wir jetzt drei bots Haben wir wenigsten jetzt ein Bohrbot dabei Da wenigsten jetzt noch ein bisschen was äh Schön mit arbeitet Und da ist immer drin der macht immer eisen 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 Wir müssen halt dann hier nur sich hier herstellen und sagen hier ey Okay Ah schade Halbleiter fehlen echt wirklich Ein bisschen schade Solarmodul ist ja groß Na gut Da würde ich dann sagen ich bedanke mich für zuschauen wenn es euch gefallen hat dann Gib einfach mal einen Daumen nach oben Ich bedanke mich und ich sage dann fürs Erste tschüss Ciao und auf Wiedersehen Bye 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 Bye